Wenn wir die Menschen mitnehmen wollen, dann müssen wir das mit Freundlichkeit, mit Zuversicht, mit Mut und auch mit neuen Ideen verbinden, wie wir denn Marktwirtschaft und Umwelt, Ökonomie und Ökologie so verbinden können, dass wir die Ziele dann auch so erreichen, wie wir sie uns gemeinsam vorgenommen haben. Diese Antwort wollen wir und diese Antwort, liebe Freundinnen und Freunde, werden wir geben. Unglaubliche Resonanz, querbeet von den Fragen her, aber wirklich das, was auch die CDU ausmacht, für das Grundsatzprogramm Gold wert. Zweite Regionalkonferenz der CDU Deutschlands, die Basis diskutiert, die Basis kommt zu unseren Veranstaltungen, die Partei lebt. Es macht riesengroßen Spaß, diesen Grundsatzprogrammprozess jetzt auch mit unseren Mitgliedern abzustimmen. Die CDU ist auf einem richtig guten Weg.